Rum Eine schwarz-weiße Hörprobe für das postfaktische Zeitalter von Helmut Barz Gelesen vom Autor Kapitel 1 Brumm Ein Höllensturz Brumm Hat er das wirklich gerade laut gesagt? Urs schmeckt der Silbe nach. Ja, er spürt noch das rollendes R in seinem Rachen, das vibrierendes M auf den Lippen. Brumm Er hat es tatsächlich gesagt. Hoffentlich erst, als die Tür schon hinter ihm ins Schloss gefallen ist. Hoffentlich hat er da schon auf dem Bürgersteig gestanden. Hoffentlich hat er ihn nicht gehört, der Herr Doktor mit seinen graumilierten Haaren und seinem weißen Kittel. Andererseits. Und wenn schon, der Herr Doktor hält ihn ohnehin für einen Idioten und einen Doktortitel hat er schließlich selber. Urs? Dr. Urs A. Podini, so ermahnt er sich streng, macht einen Schritt vorwärts. Sorgsam setzt er dabei den Fuß, um nicht auf die Kanten der Gehwegplatten zu treten. So hatte er es auch schon in seiner Kindheit gemacht. Brumm Noch ein Schritt Brumm Ein empörtes Bärchen rücksichtslos aus dem Winterschlaf geschreckt Noch ein Schritt Brumm Das R in der Kehle rollend, das M auf den Lippen kitzelnd, ein Kind, das Auto spielt Oder ein Erwachsener, der sich am Steuer seines Wagens unbeobachtet wähnt Noch ein Schritt Brumm Mit einem Hauch der Verzweiflung, leise verklingend, ein letzter Protest gegen das Unvermeidliche Noch ein Schritt Brumm Machtvoll in die Luft gemeißelt Laut, leise, sanft, schroff, zärtlich, verletzend, wütend, erfreut Gerufen, gehaucht, geflüstert, gespien, gesäuselt und Gebrummt Brumm Da steht Urs nun, die Füße genau auf zwei Gehwegplatten, Zehen und Hacken gleich weit von den Kanten entfernt, und erfreut sich am Klang der fünf zur Lautmalerei gereihten Buchstaben Warum geht ihm diese Silbe nicht aus dem Kopf? Seit diesem Morgen schon Bärchen, hat Carolin ihn genannt Aus dem Mund seiner Lebensgefährtin ist das allerdings kein Kosename, sondern ein subtiler Hinweis darauf, dass er abnehmen und daher nicht so viel naschen sollte Hör mal, Bärchen, hat Carolin an diesem Morgen gesagt und damit ihre übliche Kaskade von Geboten und Anweisungen eingeleitet, den karolingischen Tagesbefehl Alles verstanden, Bärchen? hat sie zum Abschluss gefragt Da ist es ihm rausgerutscht, das bestätigende Brumm Caroline hat das nicht komisch gefunden Verständlich Sie steht unter Stress, wo doch an diesem Tag das große Symposium beginnt Vom Ideal der Simulation zur hüllenlosen Authentizität Körperbilder im 21. Jahrhundert Ihre erste praktisch im Alleingang organisierte Großtat als frischgebackene Juniorprofessorin der Theaterwissenschaft Da ist kein Platz für ein vorlautes Brumm Urs hat sich also sofort bei ihr entschuldigt Caroline hat ihm großmütig verziehen und ist dann davon geeilt Zum Bahnhof Prof. Dr. Mariele Juncker-Stockmann abholen Die Starreferentin des Symposiums Seither ist Urs diese Silbe nicht mehr aus dem Kopf gegangen Brumm Auch während der Konferenz mit dem Herrn Doktor nicht Ja, Konferenz Als promovierter Germanist weigert sich Urs das Wort Meeting auch nur zu denken Eines dieser zuckerwattig-rosafarbenen Wörter, die auf der Zunge kribbeln Als würde man an den Polen einer Batterie lecken Die Konferenz hat ihn also dazu gebracht, es laut auszurufen Brumm Kaum, dass die Tür des Marktforschungsinstituts ins Schloss gefallen ist Die Konferenz ist Ja, wie ist sie denn jetzt eigentlich verlaufen? Gut, weil sie die von Urs erwarteten Ergebnisse erbracht hat Schlecht, weil er jetzt dem Kunden auseinandersetzen muss Urs, dass die kreativen Ideen seines 16-jährigen Sohnes Wie hat es der Herr Doktor genannt? Dass diese Ideen Nicht zielgruppentauglich und daher wenig erfolgversprechend sind Urs sehnt sich nach einer Dusche Die mitleidig angewiderten Blicke des Herrn Doktors abspülen Der bei der Arbeit einen weißen, frisch gestärkten Kittel trägt Obwohl er doch Soziologe und Marktforscher ist Im Glauben, dass Konzept stamme von Urs selbst, hat ihm der Herr Doktor die Leviten gelesen Er hat Urs minutiös auseinandergesetzt, warum jede einzelne Idee des Konzepts Nicht zielgruppentauglich und daher wenig erfolgversprechend ist Bei jedem nicht zielgruppentauglich hat der Doktor die Lippen gespitzt Und bei jedem wenig erfolgversprechend die Nase gerümpft Als röcher er Darmgase Urs hätte diese Belehrung nicht nötig gehabt Er weiß auch so, dass es keine gute Idee ist Einen führenden Anbieter von essentieller Fahrzeugtechnik Als Bremsen-Barbo zu vermarkten Im Pimp-My-Ride-Stil Untermalt von den Versen Des vom Filius eigenhändig gedroppten Bramster-Raps Ich bremse dich aus, Alter Dann ist aus die Maus, Alter Der Herr Doktor hat Urs also wenig Neues zu sagen gehabt Das allerdings in einem 500-seitigen Bericht Die ringgebundene Mappe ruht schwer in Urs Rucksack Diese Last muss er jetzt tragen Nach Hause In die Agentur Zum Kunden Wenigstens hat Urs recht behalten Kein Grund für Triumph und knallende Sektkorken Urs behält oft recht Er ist ja nicht erst seit gestern Kreativdirektor Und Co-Geschäftsführer der Summerpot Kommunikations GmbH Offenbach Deshalb weiß er auch bereits, wie die Geschichte ausgehen wird Der Kunde wird dennoch auf der Umsetzung des Konzepts seines Sohnes bestehen Er wird viel Geld versenken Sein Traditionsunternehmen wird im Shitstorm der Häme ins Schlingern geraten Schließlich wird der Kunde die Agentur wechseln Wegen inkompetenter Beratung Den Kunden werden sie also in jedem Fall verlieren Dann lieber vorher noch abkassieren Das zumindest wird Urs beste Freundin und Geschäftspartnerin Alexa sagen Also Das Gutachten in die Agentur tragen Dem Drang widerstehen Herrn Dr. Ing. Herzog Samt schöpferischem Filios Den ringgebundenen Bericht auf die Hinterköpfe zu hauen Auch wenn der Herr Dr. Ing. Herzog Geschäftsführer von Herzog Raubach Dem führenden Unternehmen für Verzögerungstechnik Alle Argumente vom Tisch fegen wird An den Umsatz denken Freundlich nicken und lächeln Warum fällt diese Art der Krisendiplomatie eigentlich immer ihm zu? Eine rhetorische Frage Urs weiß genau warum Seine wenig furchteinflößenden 170 cm Körpergröße Okay 164 cm aber keine Millimeter weniger Seine Stimme Warm Weich Gerne spricht er die von ihm ersonnenen Werbespots und Filmtexte selbst ein Zumindest in der Entwurfsphase Der respektheischende Doktortitel Ob er sich auch einen weißen Kittel zulegen soll? Und dann ist da natürlich sein Sprachfehler Urs kann nicht Nein sagen Eigentlich wäre das Überbringen schlechter Nachrichten ja Aufgabe des Account Managers Ein Ausdruck, den Urs nicht anders als Kloakenbraun denken kann Mit einem Nachgeschmack von Großkantinenbratensauce Der Account Manager besteht jedoch auf diesem Titel und ebenso darauf Herb genannt zu werden mit amerikanisch gerolltem R Er hat mal ein Gastsemester in New York studiert Herb wäre zwar eigentlich für die Kommunikation mit Dr. Ing. Herzog zuständig Hat sich aber schon seit einiger Zeit Strategisch retreatet, um One-on-One-Communications zwischen Kreativen und Kunden zu enablen Übersetzt Herb ist das, was man in der Branche ein Trüffelschwein nennt Mit seiner empfindlichen Nase wittert er Geschäftschancen ebenso gut wie In diesem Fall heraufziehende Krisen Also hat er den Kopf eingezogen Urs zieht die Riemen seines Rucksacks fester Dann setzt er erneut seinen Fuß vor Wieder genau auf die Gehwegplatte Und noch einmal Und noch einmal Über die Ungerechtigkeiten dieser Welt kann er auch später noch lamentieren Morgen zum Beispiel Genau Morgen Er blickt auf die Uhr seines Handys Halb eins Mittag Nachmittag Praktisch und Feierabend Also erstmal heimfahren Duschen Homeoffice bei einem Glas Rotwein Auf zur S-Bahn Zur Konstabler Wache Vorbei an Transitions Er hätte doch den Weg über die Zeil nehmen sollen Sich einfach mitziehen lassen vom Getümmel auf Frankfurts Einkaufsmeile Er hätte nicht auf dem Holzgraben bleiben sollen Die parallel zur Zeil verlaufende Gasse Ist bisher von Sanierungswaren und Gentrifizierung verschont geblieben Zumindest fast Das Marktforschungsinstitut mit seiner Fassade aus dunklem Stein Und verspiegelten Fenstern ragt zwischen den alten Häusern auf Wie ein nagelneuer Stiftzahn aus dem kariösen Gebiss eines Kettenrauchers Hier im Holzgraben gibt es sie noch Die Resterampen und Waffengeschäfte Die gebraucht waren Läden, in denen man sein Autoradio zurückerwerben kann Die Kneipen, aus denen man das abgestandene Bier bis auf die Straße riecht Und deren Wirte auf die Frage nach einem Latte Macchiato antworten Latte? Die Puffs sind in der Taunusstraße Und hier? Auf der Straßenseite, auf der Urs geht, aber wechseln hätte auch nicht viel genützt Der Holzgraben ist nur eine schmale Gasse Hier hat auch Transitions seine Heimat gefunden Schnell daran vorbei Diese Scham ist doch albern, ermahnt sich Urs Transitions ist doch kein Sexshop Find your identity Steht auf dem an zwei Ketten aufgehängten Schild Über dem Eingang der kleinen Modeboutique Im Schaufenster stehen Pumps Bis Größe 47 lieferbar Männliche Schaufensterpuppen tragen Abendkleider Mit tiefem Ausschnitt und ohne Abnäher Maskuline Torsi präsentieren Busties Mit integrierter Oberweitenpolsterung In den Schaufenstern der Zeil kann man aufreizenderes bewundern, wenn auch in kleineren Größen und gefertigt für die stolzen Besitzerinnen von doppelten X-Chromosomen Mit Abnähern, die des Hus haben keine integrierte Oberweitenpolsterung, zumindest nicht die in der Auslage Zwar benötigen auch doppelte X-Chromosomen manchmal ergänzende Fülle, doch diese wird schamhaft erst im Geschäft selbst offeriert Zum Beispiel bei Beautiful Curves Einem Fachgeschäft für Damenunterkleidung auf der im Frankfurter Volksmund Freskas genannten Verlängerung der Zeil Beim Gedanken an Beautiful Curves reibt sich Urs unwillkürlich den Hinterkopf Carolin hat ihm mal eine Kopfnuss gegeben, mitten auf der Freskas, weil er zu lange in das Schaufenster dieser Boutique geschaut hat In Urs Erinnerung hält das Echo des Schlages von den Hauswänden wieder Passanten sind mit peinlich gesenkten Haupt an ihm und Carolin vorbeigeeilt Andere haben gelacht, die Frauenrunde am Stehtisch des benachbarten Coffeeshops hat geklatscht Ein geschlagener Mann wird es schon verdient haben Auf dem Heimweg hat Carolin ihm dann einen Vortrag gehalten über indoktrinierte Körperbilder heteronormativ-ästhetische Zwänge im Allgemeinen und in der Unterkleidungsbranche im Besonderen sowie über das männlich-objektivierende Starren in seinem Gegensatz zum weiblich-kommunizierenden Sehen Ihre Argumente sind nicht völlig von der Hand zu weisen Sein Blick in dieses Schaufenster, das muss er sich eingestehen, ist durchaus männlich-objektivierend gewesen Er hat sich vorgestellt, wie es wäre, die ausgestellten Dessous in einem Paarungsritual von realen weiblichen Kurven zu blättern Es sind nicht Carolins Kurven gewesen Nicht ihr hat er in seiner Fantasie gehuldigt, sondern Eila Wenn die Auszubildende auf den Wellen ihres Hüftschwungs durch das liebevoll Erdmännchenkolonie genannte Großraumbüro von Summerport segelt, die dunklen Augen glänzend, die Wangen unter dem Karamell ihres Tants gerötet, das Lächeln ihrer Lippen geschwungen wie eine stolze Fahne im Wind, den doppelten Bug ihrer vom Rollkragenpullover Keusch verhüllten Brüste vorgereckt, die schwarzen Haare bauschend wie die Segel eines Dreimasters Dann sinkt in ihrer Bugwelle die Produktivität auf Null Also ist Carolins Kopfnuss wirklich nicht ganz unverdient gewesen, auch wenn sie gleich darauf selbst Beautiful Curves betreten hat Natürlich ohne ihn Er solle in der Zwischenzeit Kaffee holen, mit dieser Anweisung hat sie ihn in den Coffeeshop geschickt Ein Spießrutenlauf an der Frauenrunde vorbei Carolin hat bei Beautiful Curves übrigens eine schwarzseitende bestickte BH-Slip-Kombination erworben für ihre Feiertagsgarderobe Einmal hat er beides von Carolins tanzgestelltem Körper streifen dürfen nach einer besonders gelungenen Theaterpremiere Urs hat das als Trostpreis empfunden Natürlich mit schlechten Gewissen Transitions Was Carolin wohl zu der magischen Anziehungskraft sagen würde, die die Auslage der Boutique auf Urs hat Sein cisgender männlich objektivierendes Starren, so hört er Carolin in seinem Kopf dozieren Ist eine Penetration des Schutzraums für die geschlechtlich nicht-binäre Klientel dieses Geschäfts Das stimmt sicher Urs ist am Tragen von Damenpumps nicht interessiert, schon gar nicht in Größe 47 Das wäre auch gar nicht seine Schuhgröße Der Schöpfer hat ihm kleine Füße gegeben Schlanke 39 Tatsächlich tragen Carolin und er beide exakt das gleiche Sportschuhmodell, wenn sie ins Fitnessstudio gehen Carolin findet das witzig Dabei hat Urs das Geschenk romantisch gemeint Wie dem auch sei Bloß keinen Seitenblick in das Schaufenster von Transitions, auch keinen schnell erhaschten Er spürt Carolins Finger hart auf seinem Hinterkopf In innerer Verbeugung vor dem Großmeister der Psychoanalyse muss er zugeben, dass sie seine vor einigen Jahren kurz hintereinander verstorbenen Eltern erfolgreich als Über-Ich abgelöst hat Vorwärtsmarsch, Augen geradeaus, einfach vorbei, keinen Blick riskieren Aber Schwarz wie Obsidian Weiß wie Schnee Die feinen Haare strahlen im Licht der Halogenenampen wie eine Gloriole Dieses Objekt, das dort, gehalten von einem Mannequin, im Schaufenster von Transitions steht, verdreht Urs den Kopf Doch es bremst leider nicht seinen Schritt Er hebt lediglich seinen rechten Fuß nicht so hoch an, wie er es hätte tun sollen Eine Platte des Bürgersteigs ist gekippt Unterspült von jenem Dauerregen, der erst vor kurzem einem warmen Frühling gewichen ist Die Kante der Platte ragt über den Gehweg empor Einen Zentimeter vielleicht oder weniger Hoch genug, dass sich Urs Schuhspitze daran verfängt Sein Fuß wird abrupt gestoppt, die restlichen 79 Kilo seines Körpers jedoch sind träge Masse Kopf, Torso, Arme, linkes Bein bewegen sich weiter vorwärts Während der Rückprall seiner Zehen von der Steinplattenkante das rechte Bein nach hinten katapultiert Dort im Schaufenster steht ein Panda und ich werde stürzen Ein Moment der Klarheit Dann schrammen seine Hände auch schon über das Pflaster Der Reibungswiderstand stoppt seine Vorwärtsbewegung Gut, dass meine Unterlagen und mein Notebook im Rucksack und daher geschützt sind Noch so eine luzide Hundertstel Sekunde Dann schlagen ihm, dem Trägheitsgesetz folgend, mehrere hundert ringgebundene Seiten gegen den Hinterkopf Ein letzter, garstiger Kommentar des Herrn Doktors und die züchtigende Hand Carolins zugleich Urs verharrt auf dem Boden Sein Knie schmerzt, seine Hände brennen, sein Schädel dröhnt Aber wenigstens ist er zum Stillstand gekommen Der Angriff der Newton'schen Gesetze ist vorüber Das war ein Auszug aus Brumm Eine schwarz-weiße Fabel für das postfaktische Zeitalter Von Helmut Barz Gelesen vom Autor